Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singt das Vokalensemble einer Kroatenwune in Magdeburg, die gemeinsam mit der Mittelstufenchor der Freien Waldorfschule singen, unter Leitung von Axel Rose. Das Lied mit uns, Wie soll ich dich empfangen? Nummer 11 im Gesangbuch. Viel Freude und singen Sie mit. Wie soll ich dich empfangen? Gut, wie möge ich dir? O Hannah, mit Verlangen, um meiner Seele zieh. O Jesu, Jesus, Herzen, Wie selbst die Pfanne bei, Damit wirst ich ergänzen, Wie gut und wissend sein. Wie soll ich dich empfangen? 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 Wie soll ich dich empfangen?